Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Thailands besorgter Blick auf den Bürgerkrieg in Myanmar. Auseinandersetzungen an Frontlinie. Thailands besorgte Aufmerksamkeit auf Myanmar richtet. Die thailändische Grenzstadt Maesot wird Zeuge verstärkter Kämpfe und humanitärer Krisen, die auf die politische Instabilität in Myanmar zurückzuführen sind. Hauptsächlich ist vor allem der Konflikt zwischen der burmesischen Armee, Tatmadaw und der Karen National Union, KNU, von besonderer Bedeutung. Die KNU und ihre bewaffneten Gruppierungen haben in den letzten Monaten verstärkte Angriffe gegen die burmesische Regierung durchgeführt, was diese Region in Alarmbereitschaft versetzt hat. Quelle, BBC, 2021. Weiterhin wird berichtet, dass dicht besiedelte Flüchtlingslager in der Nähe zur thailändischen Grenze, einschließlich des May-La-Lagers, das zur KNU gehört, nunmehr Ziele von Artillerieangriffen sind. Dabei wurden bereits zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Quelle Al Jazeera, 2021. Inmitten der eskalierenden Spannungen hat Thailand begonnen, Tausende von Flüchtlingen aus Myanmar aufzunehmen. Laut UN-Schätzungen befinden sich derzeit etwa 3000 Flüchtlinge in Thailand, hauptsächlich aus Karin und Kaya State, UNHCR, 2020. Die Situation wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Stabilität in der SAG-Region auf und Thailand wird sich zwangsläufig auf drastische Veränderungen in seinen Beziehungen zu Myanmar einstellen müssen, sowie auf einen potenziellen Flüchtlingszustrom vorbereiten. Anita Farke, Freitag, 12. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.